So, jetzt gehst du auf die andere Seite. Gut so, komm her. Und so, geschafft. Eiskalt den Prozess gemacht bei ihm. Und jetzt einfach nach oben. So, okay, verstehe. Ey, das ist doch... Ah, so ein Betrug, so ein Beschiss. Egal, ich werde... Egal, ist ja nicht so schlimm. Ich werde sowieso größer jetzt. Und jetzt muss ich einfach zum Boss und zu der Piraten. Boah, Hancock, wie geht's dir? Boah, Hancock, nö, 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 boah, boah, Hancock. Also der Trick bei diesem Boss ist, man muss irgendwie die ganze Zeit die Lampe gegen ihn werfen. Bis eine Wolke erscheint und dann... Das ist alles. Okay. Aber ganz alt groß bleiben, das ist das Wichtigste. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ach, Mann. Tut mir leid, Leute. Ihr müsst es weiter euch ansehen. Ah, verdammte Scheiße. Nochmal. Ach. Ich hoffe mal, Final Messenger hat nicht damit so eine Freude, dass ich ja ganz alt feile oder so. Vielleicht doch, aber ist nie so schlimm. Das ist nun mal, dass man fehlt. Und wenn die Stimme und das Sound so asynchron sind, tut mir leid, so ist es halt. Und komm her. Komm her. Willst du mucken? Komm her. Jetzt so mit dir. Jetzt auf die andere Seite, bitte. So. Jetzt aufs Gleiche nochmal. So. Getötet. So. Und rein mit uns. Ganz schnell machen. Ganz wichtig, immer groß bleiben. Immer groß bleiben. Und immer den Scheißkugeln ausweichen. Egal. Egal. Das ist nicht so schlimm für mich. Ich krieg sowieso gleich das zurück. Okay. Tot dem Pixel-Dingsbums. So. So. Und Münze. Okay, komm. Boah, Hancock. Fuck. Du denkst zu viel. Nee, 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 nee. Okay. Immer schön ausweichen bei diesem Genie. Ich verstehe gar nicht die Story bei ihm, aber bei diesem ganzen Spiel, ich verstehe gar nicht die Story. Ich verstehe gar nicht die Story. Okay. Immer schön ausweichen. Okay. Wolke, du kannst doch irgendwo mal kommen, oder? Ah, so. Ah, verstehe. Das muss oben bleiben. Okay. So. Oh, das war knapp. Okay, so. Okay, so kommt keine Wolke. Ach, scheiße. So. Komm. Achso, ich muss die... Ah ja, die Pirate muss ich treffen. Okay, so. So. Okay, zweimal schon getroffen. Super. Okay, so. Ey, wie viel mal muss ich die treffen denn? Wartet. Okay, es geht weiter. Und ich habe über 15 gespielt, deswegen mache ich einfach mal weiter. Ob es nix wäre? Okay. Okay. Verdammt, wie viel mal soll ich ihn treffen? Geschafft. Ja. Aber über 15 Minuten habe ich gebraucht. Scheiße. Boah, Hancock. Deine Titten sehe ich auch. Was? Oh, oh, oh. Mm-mm. War hier... Wo läuft er hin? Wer ist das denn? Prinzessin Peach? Ähm... Mario? Er sagt jetzt nicht... Oh, er hat ihn hochgenommen. Nein. Oh, er hat die Goldstatue geklaut. Was? Warte. Kommt er jetzt wieder zurück? Nein. Oh, er hat Mario hochgenommen. Warte, ist das der Grund, warum Mario so gemeint zu Mario war? Okay, das ist... Okay, was passiert jetzt? Oh, reiben, reiben. Pass an den Augen an. Hä? Okay. Oh, da kommt er ja. Oh, er grinst uns an. Hallo. Oh, ich bin... Oh, Fachmann. Ich heiße Achmed. Und du? Furzen? Schloss? Ah, Furzen gleich Schloss. Oh, wir wollen Geld haben. Ähm... Ja. Oh, ich habe 356. Ja, ich weiß, dass es viel Geld ist. Ich brauche es nicht gleich hier zu übertreiben hier, Leute. Geschafft. Und, was habe ich jetzt davon? Hä? Okay, damit will ich jetzt ein Haus kaufen. Ah ja, ein Haus, ein Haus, ein Haus. Okay. Hier, Geld. Warte, ich muss ihn dafür bezahlen. Was für ein Haus kriegt er denn? Okay, jetzt geht er hin. Ich will mal das Haus sehen. Er hat ja so wenig gehabt. Gucken wir mal. Oh, ein Vogelhaus. Ah, Pech gehabt. Das hat er verdient. Er hat ein Vogelhaus bekommen. Okay, war relevant. Stuff. Wie viel nun habe ich denn? Kann ich das nicht überspringen oder so? Wartet mal kurz. Okay, ich habe über 20. Kann ich ein bisschen noch weitermachen. Also, wie ich das Spiel finde. Ich finde es geil. Ich habe es durch. Ja. Und. Tut mir leid für die Störung. Und ja. Ich finde es gut. Ähm. Ja, Spielspaß. Fand ich lustig. Das Ende am besten. Und ja. Was soll ich sagen noch? Einfach geil. Empfehle ich jeden. Und irgendwie will ich das überspringen. Ich glaube, ich mache auf Speed. Ja, so. Ach, scheiße. Das Sound klingt scheiße. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, aber wenn ich das nicht gemacht hätte. Okay, geschafft. Ach. Ich hoffe, jetzt kein Problem, dass wir den, äh, also mit den Credits. Ihr wolltet sowieso das nicht lesen. Ja. Ja. Please. Retry. Äh. No. No. Nö. Kein Bock. Raus. Warte, mach das jetzt so lange, bis ich das gemacht habe. Okay. Dann ist es wohl das Ende hier. Bis bald. Bis meinem nächsten Projekt. Tschüss. Tschüss.